ja willkommen meine angelfreunde hier wieder in der achthuber schon mal herzlichen dank an ralf baumann dass er mir diesen spot in meinen kommentaren hier hinterlassen hat wir stehen auf der 146 23 zielfisch sind die heringe der maifisch siechling in der nacht die ostbrasse und ja man kann hier mit auf jeden fall drei bolos angeln wenn man diesen stress haben möchte auf jeden fall ich bin hier mit einer bohle unterwegs ganz gemütlich morgens nicht zu viel stress das war ein bisschen zu nah rausschmeißen 12 meter clip 80 90 zentimeter tiefe eintagsflieger auf bügel offen lassen fürs treib angeln dann weiß das auch so bügel schließen anhauen und verhauen ja wohl sehr vorsichtig machen wir ja noch mal gucken was wir so kriegen dann zeige ich gleich noch mal den cash was ich da so gefangen habe das ist jetzt im verlauf von zweieinhalb stunden oder was ich da im cash habe wovon ich viel afk war und frühstücken und also kram was man hier morgens gemacht was haben wir hier einen schönen sichling so im cash haben wir hier lande hatte ich jetzt bis glaube ich 3,3 kilo war der größte ja genau besonders in den morgenstunden beißt du auch auf die bolo halt auf die eintagsfliege kaspischen maife schwarz rücken herring siechling sie seelaube ist hier drin aufgrund dann auch meine flussmuschel und ja wie gesagt zu nacht schmeiße ich hier die grundrute raus mit erbsenbreit drauf mittel sechs bis mittel 10er haken drauf für die ostbrosse auf jeden fall das ist hier meine spot rute da habe ich prassenfutter drauf für die nacht habe ich jetzt noch nicht rausgeholt ja hier kann man schon recht viel befangen wenn ihr der knoblauchteich ran macht an die grundruten da könnt ihr dann küster und sobel und sowas kriegen und wie gesagt dass jedem selber überlassen mit wie vielen angeln er angelt ich mache das hier gemütlich mit einer bolo der kescher ist auch schon bald voll das geht echt schnell also ich schmeiße hier immer so ein bisschen nach rechts halt und dann haben wir auch gleich schon den nächsten ich habe das mit drei bolo versucht dass es mir zu heftig also wie viele bissel mir darauf verloren gegangen sind dadurch dass ich hier halt entweder mit einem drill beim arland hier beschäftigt bin oder mit anderen fischen wo ich dann halt falsch an hau und dann sind sie weg mit einer komme ich hier echt gut zurecht und der kescher lässt sich damit auch gut füllen auf jeden fall ja nochmals viel dank an ralf dass er mir da diesen spot gesagt hat macht ihr auch mega laune und das wollte ich jetzt einfach nur mal so ein bisschen video mäßig darstellen und wünsche ich euch viel spaß beim nachmachen happy fishing petri heil und bis zum nächsten mal